PENTERMAN PENTERMAN Der sprüht voll Spaß. Wow, Smacks. Dieser honigsüße Geschmack. Kellogg's Smacks gehören zum Frühstück dazu. Ich würde alles tun für Kellogg's Smacks. In den unendlichen Weiten des Universums erwartet dich ein neues Abenteuer. Space Patrol Command Center, die Raumstation der Zukunft. Mach dich bereit für deine Weltraummission. Alles klar zum Raketenstart. Bring das Raumschiff zur Abschussrampe. Aufgepasst, Alarmstufe Rot. Der schwarze Attackfighter greift an. Verteidigungsstation besetzen. Laserkanone, Feuer. Fertig zum Countdown. Starte durch ins Abenteuer am Space Patrol Command Center. Jetzt neu von Mattel. Painterman, der sprüht vor Spaß. Bist du auch mit dabei? Wir unternehmen was. Mit Freizeit, Barbie, hast du den ganzen Tag Spaß. Wird es dann dunkel, geht's noch längst nicht heim. Barbies Rucksack wird zum Schlafsack. Seine Sterne leuchten im Mondenschein. Freizeit, Barbie, will was da nehmen wir sehen. Freizeit, Barbie und ihre Freunde. Neu von Mattel. Goldgierig sind die Piraten auf der Suche nach Insulaner schätzen. Doch da... Los Männer, festickt euch! Da, eine Höhle! Seht Männer, der Schatz! Oh nein! Neue Piratenabenteuer der Bucht der Insulaner. Jetzt von Lego-Systemen. Rein in die Bügel, schon geht's los im Nu. Traumfährt-Tänzer, mein Traumfährt, das bist du. Durch sonnige Täler, sogar durchs kühle Nass. Hinein in die Berge, das macht richtig Spaß. Traumfährt-Tänzer, ich reite nur mit dir. Neu, von Mattel. Alles einsteigen, los geht die Fahrt mit dem lustigen Eisenbahn-Spiel-Set mit Signalen, Schranken und echten Geräuschen. Einfach auf die Tasten drücken. Du kannst die Weichen verstellen und immer neue Strecken ausprobieren. Ein großer Bahnhof, Niki der Lokführer und Tira als Fahrweste sind auch dabei. Das lustige Eisenbahn-Spiel-Set, jetzt neu, von Mattel. Wenn Babyborn weint, gib ihm das Fläschchen und wechsel die Windeln. Genau wie ein richtiges Baby macht es Pipi. Babyborn, Babyborn. Wie das schmeckt. Babyborn macht alles so wie ein richtiges Baby. Babyborn, Zapf, wovon Kinder träumen. Rote Ratte, gut im Fell, nicht menschenscheu, sehr anhänglich und humorvoll. Sucht sympathische Weggefährtin für die beste Zeit des Tages. Helfen Sie dem Zonk vor der Partnersuche und gewinnen Sie. Sat.1 und Bild verlosen vier Traumreisen von Air Marine nach Las Vegas. Teilnahmeunterlagen gibt es in Zeitschriften und in jedem FEDES-Fachgeschäft. Schicken Sie diese mit der Zonk-Frau Ihrer Wahl an. Sat.1, Kennwort Zonk, 10, 770 Berlin. Wie es mit dem Zonk und seiner Partnersuche weitergeht, erfahren Sie in Geh aufs Ganze, natürlich in Sat.1. Madonna, ein absoluter Superstar. Und deshalb ist er auch am nächsten Sonntag bei uns bei Super. Wir haben in ganz Deutschland den Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, Fragen an Madonna zu formulieren. Und die wird sie nächsten Sonntag bei uns beantworten. Exklusiv, nur in Super, 11 Uhr, nur in Sat.1. Genau.